Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Immer gleichzeitig! Herzlich willkommen! Schon wieder ein Vogel? Ja, irgendwie das dritte Mal jetzt! Kill ihn! Ah! Ja, gut federn aber sonst... Okay. Ich schau jetzt mal schnell auf die Fallen. Ich nehm schnell mal den Speer. Ja, komm her! Jawoll! Federn bleibt da. Ach, scheiße! Ich muss was essen, echt! Warte, Inventory! Ich ess jetzt mal... Hä? Nein, ich hab doch eigentlich... Ne, ich geh da jetzt rein. Wir haben doch irgendwas auf den Grill gelegt, oder? Ne, ich hab den Hasenro gegessen. Hab ich was aufgelegt? Du kannst ja trotzdem noch was drauflegen. Hast ja, glaub ich, noch flisch. So, dann schau ich mal schnell, ob unsere Fallen denn so geschnappt sind. Schau mal, ich muss was essen. Nein, die nicht. Und die auch. Ah, da! Ist ein Eichhörnchen! Bringt die eigentlich was? Weiß nicht. Ich verdurste! Scheiße! Alter! Es muss unbedingt wieder regnen! Ich verdurste! Äh, ich hab grad ein Eichhörnchen gekillt. Jetzt fühl ich mich irgendwie... Schlecht. So, okay. Und wunderbar. Diet! Hm, hier sieht gut aus. Ach, da reicht eins! Ach, wursch! Ist so ein bisschen, ne? Also, ich bin jetzt eigentlich wieder top motiviert. Wenn's jetzt mal wieder ein bisschen regnen würde, wäre super. Ja, regnen wäre jetzt sehr gut. Wie schaut's mit den... ...Rabbitfallen aus? Ne. Leider nichts drin. Und ich find auch... Was ist das jetzt? Grat, kein... Ach, die bauen die Totems immer wieder auf! Echt? Der recker, du scheiß den... Ja, ich hab Reh erwischt! Sehr gut, aber wir brauchen unbedingt mal... Ah, da ist ein Lizard! Bleibst du da? Ah, da ist ein Hase! Hase, Hase, Hase! Ja, wir haben einen Hasen! Ja, voll! Wir haben einen Hasen gefangen übrigens, ne? Nur mal so. Alter, echt? Cool! Bleib da, du scheiß Ding! Bleib da! Wo ist hin? Hase, wo bist du? Warte, ich komm mal schnell zu dir, vielleicht. Wie funktioniert das jetzt? Einfach E drücken, oder... Also unten beim Hasen E drücken, oder oben E drücken? Ah, ne, ne... Unten beim Hasen eigentlich E drücken, das hab ich vorher gemacht. Ja, ich auch, aber dann war's eben tot. Vielleicht ganz schnell dann... ...nehmen und vielleicht echt versuchen. Lauf! Jetzt ist tot. Ich hab keinen Hasen mehr in der Hand. Ich hab... Wieso hab ich denn Hasen in der Hand? Wieso hab ich ihn jetzt in der Hand? Lauf, 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 lauf! Lass sie nicht sterben, lass sie nicht sterben. Da unten. Au! Alter! D! Ja! Ja! Er lebt! Ja! Geil! Das muss wahrscheinlich genug sein. Wir brauchen jetzt noch einen. Wir brauchen jetzt noch einen. Und hoffen, dass es ein männlicher und weiblicher ist. Und ich brauch einen Medic, weil ich bin da runtergesprungen, verdammte Kacke. Ist mein letztes Medic, ne? Wir müssen dann mal wieder Koffersuchen gehen oder so. Es wird dann noch... Es wird schon wieder dunkel? Ernsthaft? Nein. Nein, nicht dein Ernst. Ernsthaft jetzt? Wir brauchen... Nee. Also, es wäre geil, so eine Schnelltaste für die Achsen und Speer und so, ne? Das kann man doch bestimmt irgendwie einstellen, oder? Warte, wahrscheinlich. Kann ich denn hier irgendwie... 1, 2, 3? Hast du die Falle eigentlich wieder regeneriert? Nee, brauchen wir einen Stick. Komm, bevor wir schlafen gehen. Mann, die andere Falle... Ich brauch irgendwie echt was zum Trinken jetzt. Gibt's denn hier nicht irgendwelche... Oh, Bären! Ja, ich bin gerettet. Hier gibt's Bären. Äh... Sind das schlechte Bären gewesen? Hattet, der Baum leuchtet 100 pro. Schau ihn dir jetzt mal an. Oh, shit! Ich brauch Hilfe. Shit, 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 shit. Komm, was machst du eigentlich noch im Wald, mitten im Dunkeln? Ich wollt Bären essen, ich komm schon. Wollen wir uns wieder so ein Ding bauen? Haben wir denn dafür genug? Ja, bauen wir schon. Ich hab jetzt keinen Bock auf die Nacht. Nein, obwohl, das wird knapp. Ich hab hier nur vier Stück drin. Ich hab auch noch ein paar, hast du? Ich glaub, das reicht. Wie viel brauchen wir denn dafür? Bauen wir mal schnell hin. Entschuldigung, ich mag irgendwie immer Q drücken. So, jetzt pass auf. Ach so, verkehrt. Ich muss B drücken, Alter. Hier ist mit der Steuerung... Haberts noch. Wir brauchen vierzehn Sticks. Vier sind drin, wieviel hast du? Äh... Sieben hab ich. Der baut einfach schon mal hin. Ja, ich baut schon mal hin. Sticks, wir brauchen Sticks. So, der ist leer. Wir müssen uns dann, ähm, vielleicht wieder so... Wir müssen uns mal ein bisschen aufteilen und immer sagen, was bei einem macht. Der eine sammelt erstmal für die Nacht und schon mal einen Haufen von Sticks. Und, Alter, hier waren wir voll viel Wald, ne? Das ist alles weg. Der eine sammelt Sticks, der andere kümmert sich vielleicht noch ein bisschen um die Hasen oder so. Keine Ahnung. Kann doch nicht sein, dass jetzt hier nicht mal so ein scheiß Busch wächst, oder? Da ist ein Busch. Ja, ich frag mich auch gerade. Die ganzen Busch dürfen wir weg. Toll, der hat... Aber vielleicht wächst doch nichts nach, irgendwie. Oder hinten brennt Licht. Wo? Da läuft einer mit so einem scheiß Fackel-Ding rum. Da hab'n Stick. Ja, da sind... Wiehst du ihn? Alte sind da viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die dürfen... Die dürfen... Wir müssen jetzt ganz schnell diese Sticks holen. Ich finde... Ich hau' die Dinger kaputt. Ich krieg' keinen Stick. Da ist ein Stick. Ich hab' zwei Sticks jetzt. Drei Sticks. Zwei. Vier Sticks. So. Und so. Okay, aber dann komm' ich mit. Ich bleib' nicht alleine hier. Brauch' ich unbedingt wieder was... Hä? Wieso reg' ich jetzt denn jetzt nicht mehr? Man. Vielleicht brauchen wir doch ganz viele Wasser-Dinger. Ja, also... Ja, weil sooo... Oft trinken wir uns nah nicht, ne? Ja! Sehr schön. Speichern. Zett, speichern, warte. Uiuiuiui. Und schlafen. Ach, schön. Und... Schlafen, will ich sagen. Kein Bock mehr auf diese scheiße Nacht. Aber wahrscheinlich sind wir jetzt voller mit der Dusche, oder? Alter, jetzt hat's mir voll gerissen. Ah, Mann. Und Essen brauch' ich auch. Mann, nein. Unser Bett steht ein bisschen im Wasser, ne? Also wenn die Flut kommt, ne? Da... Geht das bis hier hoch. Wir müssen vielleicht in unser Haus dann auch weiter. Aber das ist das Letzte, was wir jetzt machen. Wir brauchen diese verdammte Bett. Ja, das Bett eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich von nur... Wasser. Müssen wir eigentlich die Hasen futtern? Füttern? Futtern. Ich hab' keine Ahnung. Ich glaub' nicht, ne. Der ernährt sich selber. Weil's ja auf ne Wiese ist, ne? Also da war ich schon mal... Sehr nett und klob. Sind da jetzt... Sind da jetzt Fleisch drin? Glaube schon. Keine Falle ist ausgelöst. Oh Mann. Geht. Okay. Eigentlich... Ich sag' jetzt grad voll langweilig für den Zuschauer, weil ich mach' die ganze Zeit das gleiche. Ich sammle die ganze Zeit nur Sticks. Ich glaub' es ist nicht so langweilig wie ein Ding. Ding, Ding, Ding. Äh, ja, Kreativus. Kreativus. Wieso kann ich mir diesen blöden Namen nicht merken? Sind überall Sticks. Ah, okay. Ich bin voll mit Sticks. Okay, wir müssen jetzt irgendwie echt öfters jagen und Ding, Kreativus. Ja, wir müssen irgendwas... Wir müssen... Wir kommen nicht weiter. Wir... Wir machen immer wieder jeden Tag dasselbe und kommen nicht weiter. Wir müssen irgendwas bauen. Ja. Irgendwas bauen. Ich fühl mich grad... Wie im Echtleben. Ich würde einfach nicht weiterkommen. Das ist grad wie so ne Dauerschleife. Wir denken immer, oh scheiße, wir brauchen das für die nächste Nacht zu kauerholen und Sticks, damit wir uns den Shelter bauen... äh, so einen Shelter bauen können. Aber da machen wir das immer und immer wieder. Weil uns irgendwie die Sticks ausgehen. Ah! Bleib da. Bitte bleib da, du scheiß Ding. Das ist jetzt aber auch wirklich eigentlich ein bisschen so ne... äh... Frage, wann wir den nächsten Hasen fangen. Weil dann haben wir schon mal einen Fortschritt... Erlungen, ne? Erlungen, ne? Bleibst du da? Ah, endlich. Ich hab'n Lizard. Echt? Ich hab' noch nicht einen Lizard gesehen. So, gut. Fleisch hab' ich dann schon mal wieder. Sehr gut. Okay, dann bin ich auch wieder voll. Aber ich... Aber ich konnte mir doch da vorne irgendwie so ne Rüstung bauen, dann ist immer ganz lustig, glaub' ich. Ähm... ... 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 Glaubst du, wir sollten die Leichen mal verbrennen, dass wir Knochen bekommen? Weil wie ich gesehen hab' kann man aus Knochen Rüstung machen. Ja, wir könnten äh... draußen noch ein Feuer machen. Und da die ganzen Leichen dann reinschmeißen. Und da die ganzen Leichen hier mal reinschmeißen, ja. Das wäre vielleicht gar nicht mal... so blöd ich komme immer noch nicht zurecht feier wir können auch was mit dem Baum hier mal machen und ein Baumhaus da oben bauen wäre doch auch ganz nice oder? jo das könnte man hier mal machen gut dann baue ich wieder ein Firepit vor unserem oder in der Nähe von unserem Haus ein Hasen? achso jetzt Statusbericht ein Hasen braucht man? ja baue jetzt hier mal ein Lagerfeuer wo? hier wo ich stehe wo stehst du? achso ja genau das ist ganz gut und ich weiß nicht ob wir unsere Hütte mal erweitern wollen hast du noch zwei Steine zufällig? ja bestimmt ok ich brauche jetzt unbedingt mal was zu trinken das wird echt knapp bei mir oder warte ich trinke jetzt einfach mal Alkohol ja Alkohol reicht auch das geht jetzt habe ich weniger Energie aber das vertuscht dich jetzt nicht weil bei unserer Hütte ist irgendwie so viel Alkohol rumgefloggt warte ich versuche jetzt mal warte ich versuche jetzt mal warte wo war denn das jetzt ähm ähm ideal für drying and preserving meat ich baue mal dieses äh teile in unsere Hütte rein wo man äh Fleisch drauf stellen kann mhm da hinten schlafen sie schon wieder ich sehe sie schon wieder habe ich dann wirklich da hinbauen jetzt ich glaube es passt nicht so richtig in unser Ding rein nein ich habe daneben geworfen schauen ob ich mich anschleichen kann nein scheiße und ich sehe es ins Wasser geflogen nicht dein Ernst mein Speer ist im Wasser nein oder wo ist mein Speer hin fuck kann ich das da echt hinbauen du brauchten das jetzt alles Sticks Mäde Mäde ich habe mein Speer verloren ich komme ich komme ich komme jetzt pass auf ähm Inventory was wollte ich sagen ah genau Sticks holen was ah genau Sticks oh das wollte ich nicht tu mal Sticks sammeln oder warte ich machs vielleicht mal reinsteigen hast du auch noch Fleisch in deinem Inventar ne ich ja gerade ein Reh ok dann baue ich mal uns da ja mal rein sehr schön kann auch sein dass der Speere vielleicht irgendwann mal einfach beim bei einem bestimmten ähm wir gehen irgendwann mal kaputt ja hab ich auch das Gefühl das interessiert mich jetzt pass auf ich will kein Stein ich muss mich mal wieder baden ich bin schon wieder voller Blut ich muss mal schnell baden gehen so ich brauch wieder essen jawoll ich hab nen Fisch ja stimmt das sind ganz viele Fische Stimmen Fischen komm schon rein Stimmen Fischen das hab ich doch vergessen ja mit dir und können wir da noch reingehen können wir da jawoll ist ja geil ah gut zu dem kommen wir jetzt nicht hin vielleicht kommen wir zu mir hin oh ich hab meinen Speer geworfen shit komm her Fisch komm her hier können wir noch stehen das ist cool ja ich komm noch nicht rein jawoll ich hab jetzt schon sechs Fische das was richtig gut wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Sticks das war echt per Zufall das war echt per Zufall dass ich das hergekommen bin das war echt per Zufall dass ich das hergekommen bin ja lass mal lieber die Fische die dann müssen sich wieder ein bisschen verwehren nicht dass wir die jetzt ausrotten hier ja was hast du da gebaut ja das ist das für das Fleisch zum trocknen ah ok ich bau dich mal schnell da brauchen wir noch Sticks alter für was habe ich hier eigentlich ach die ist ein Stickholder gebaut ha mein guter ach sind da Sticks schon noch drin aus Alter ich will das hier gerade auf ah da kann man Fisch aufhängen sehr schön oder Fleisch je nachdem kann man das mischen was meinst du also wir hätten jetzt eigentlich mehr Fisch also versuchen mit dem Fisch erst danach kannst du versuchen mit dem Fleisch kann man die zusammen aufhängen soll man ja ich habe jetzt einfach alles aufgehangen was ich hier hab jo ich machs auch mal das eine sieht zu dunkel aus so schwarz ich weiß nicht ob das gut ist hm warte wenn ich jetzt C drücke nehme ich da jetzt was oder tue ich das ja kein Platz mehr oder was doch normal in jeder Ding passt einer normal in jeder Reihe oder ich schau mal nach unsere Cave ach jetzt scheiße ich muss was essen ich hänge an der Tür ach jetzt hab ich kein Fleisch ich hab zwei Fleischdinge reingekommen ah zwei okay dann kann ich aber eins wieder aufhängen oder brenne brenne Uscha das übertreib mal nicht hey ich hab einen Vogel töten aua man was ist denn jetzt ja übertreib noch willst du das ross resten oder was ja so ich hab was gegessen da ist noch was drin für dich hm mh das bringt voll wenig gerade warum bringt das jetzt voll wenig ja das bringt vielleicht nur die Hälfte oder so das ist echt warum is that horrible ich hab noch eins reingelegt für mich für mich für mich ja noch eins und ich bin voll durstig alter maaaann ich hab voll durst ich glaub ich trigg auch mal Alkohol oder so oh mein Tolly oh ich hab dein Fleisch gegessen so ach wir brauchen unbedingt noch einen Hasen man ja ja am besten dann zwei, drei Käfige und dann aber was machen wir denn mit zwei Hasen dann das bringt uns doch gar nichts doch die können wir in einen in einen Käfig reinstecken und dann vermehren sie sich glaube ich aber der ist doch so klein glaubst du wirklich ja ich weiß das ist nur eine Alpha chill mal dein Leben das funktioniert schon ah ok hast du einen Hasen? ne hab ich keine Hasen gefangen ach du du warst noch gar nicht da oder? ey das kanns noch nicht sein was sind das? oh das sind Bären oh nice geil Bären? ja ich glaub da hab ich vorhin gekotzt was gekotzt? ja beziehungsst du hast gekotzt du auch? nö ach ach warum haben wir wieder keine Hasen oh das sind zwei das sind zwei drei oh ich brauche eine Axt warte ähm inventory vielleicht sehen sie uns nicht glaub wir sehen uns nicht dann halte ich verdeckt ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen komm wir mal langsam so zurück ganz leise mach dein Ding eigentlich mehr Schaden mach dein Ding eigentlich mehr Schaden? äh? mach dein Ding eigentlich mehr Schaden? mach mal ja mit meinem Teil mach ich mehr Schaden echt? ok da gibt's da so ein links unten steht wieviel Schaden das macht wie schnell das ist wie gut man damit blocken kann ich muss regnen ich muss regnen wie so regnet es mich ähm frag mich ob man jetzt wirklich außer Regen noch irgendwo ähm ähm wasser her bekommt ich weiß es nicht weil es ist doch echt schwierig da irgendwas zu finden weißt du eigentlich was das für ein gelber Balken ist da neben der Lebensbalken da ich hab keinen gelben Balken ganz unten so ein ganz bissl gelb ist es da ne bei mir krieg's gelb was das wohl heißt ach vielleicht irgendwie krank sein oder sowas vielleicht hm wir kommen irgendwie nicht voran irgendwie gibt's so wenig Tiere und so vielleicht muss man doch irgendwo anders hingehen ich hab da mal irgendwo an die Daten hingemacht aber ich weiß nicht wie man die benutzt hm ich hätte ähm für äh für Bären ich hab äh äh Ding Samen echt? wo ist die hier? ja dann brauchen wir wahrscheinlich wasser dafür ja guck ich kann hier jetzt was pflanzen ups bei so Dinge ernsthaft alles ist das alles gewesen? ja vielleicht werden die ja dementsprechend groß ach so ich hab überhaupt nicht mehr äh Sam erklärt wohl einiges ich weiß nicht vielleicht hier ist es vielleicht doch nicht so gut irgendwie wie gefällt es hier doch nicht so gut ich bin mir nicht sicher weil ich finde die Gegend zwar schon schön aber ehrlich gesagt es gibt hier keine Tiere nicht so viele nee es gibt kaum Tiere wir wir das sind jetzt das ist jetzt glaube ich die apropos ne wir sind jetzt schon in den letzten fünf Minuten ja ja ähm irgendwie ist das so wie sage ich hause 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 komm bleib schon da bleib schon da hoffentlich finde ich wieder zurück nehm mal paar sticks mit ich bin hier gerade am Vögelkön am Vögelkön ja wir müssen uns jetzt ein Ziel machen jetzt pass auf ähm ja weil sonst so kommen wir nicht voran irgendwie ne immer wieder das gleiche dieser Hase der macht sich ja von selbst da müssen wir einfach regelmäßig nachgucken ähm ja ich würde jetzt gerne mal Abwehranlagen bauen aber jetzt ist ganz schon ein langes Tag ne also muss hier jetzt kommt es mir vor stimmt eigentlich ja jetzt laufen wir schon lange rum ich baue eh jetzt schon hier wie der Held eigentlich ne mal paar sticks mit ok jo ich habe hier einen Teich gefunden nein echt geil kann man hier trinken aha aber es kann man hier nichts raus trinken oh shit verpiss dich du missgeburt von schlampe komm her 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 du bitch hey die hatte Kleidung hey die hatte Kleidung ach da stereo da warte ich versuche jetzt mal schnell was equip auch wenn ich das Wasser raus tun könnte das wäre der Hammer komm schon wieso geht das denn nicht das ist doch bestimmt Süßwasser wieso geht das nicht es ist doch ein Schmarrn herr naja ich nehme die jetzt mal mit gut laufen sie schon wieder also in diesem Teich sind leider keine Fische und ich kann da die greifen ab ja ich sehe es ah die laufen weg die laufen weg die laufen weg mir wurscht ich renne da rein kann ich das abbrechen ich bin hier nicht ich bin hier einfach wir brennen die jetzt bärn 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 hast du schon Teihungsvorder irgendwie hast du noch nicht ach du versucht dazu ah ok cool cool damit wir uns ein bisschen eingerahmt sind ja dann können wir uns weil wir sind da immer drinnen weißt du ja ja und das ist dann so eine zweite Wand weißt du so eine Art das ist bisschen ich glaube langsam wird es echt nicht dass die irgendwann mal drüber kommen das würde jetzt aber lange dauern aber haben wir auch was zu tun mal auf holzjagd sag ich mal schon weg knochen jawohl wollen wir eigentlich mal so pfähle machen mit den ganzen köpfen die wir da haben ja eigentlich habe ich mir auch schon überlegt habe jetzt gerade im school auch so ok das ist jetzt ein bisschen ich weiß nicht wenn ich jetzt hier und nach unten bau ob die mit dem hügel drüber springen könnten eigentlich ach so ja stimmt das ist vielleicht habe ich mir überlegt hier so das ist ein saver glaube ich dauert aber ewig naja egal haben wir was zu tun ja was ich wollte irgendwas machen genau hunting shelter was ist eigentlich ein hunting shelter ach so einfach zu übernachten ich habe mich gerade voll selber doppelt was ist los also jetzt ist weg wollen wir eigentlich auch da mal ja für haut für knochen und für ja für rüstung wollen wir es auch noch bauen das braucht alles nur wenn ich jetzt wüsste was sap heißt also sap collector weil da haben wir da bräuchte man den topf dafür weiß ich halt nicht naja egal also wenn ich das jetzt richtig verstehe sind frauen mit größeren brüsten gefährlich als die über den kleineren was muss man dieses buch aufmachen da steht es drin zu müssen die zeichnung hat die größere brüste uns bei den stärkeren gegnern markiert ich glaube wir brauchen jetzt noch mal dieses ding da zum schlafen scheinen aber wir haben doch angefangen zu spielen hat doch eigentlich zwei halben hintereinander hat es geregnet und jetzt gar nicht mehr ist ein trick es ist gar nicht mal so leicht so eine wand zu bauen so dass sie so dass es logisch erscheinen ich glaube wenn die da drüberspringen sind sie droht ja also springt der nicht runter kann man da irgendwie noch ein tor machen oder so ach ja scheiße stimmt da hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht oh scheiße wir müssen aufhören es ist eine folge in der bis mit überlänge so ja schon bei 30 minuten fast oh fuck ich habe angst ich habe angst du körper stirb ach man kann mit er äh tor bauen was mit er ja wenn du hingehst dann er drücken und dann kann man da ein tor hinbauen oh gott sei dank gott sei dank wo macht man denn überall ein tor ok jetzt sehen wir die ja nicht ne aber ich glaube die wollen nicht ach wir haben dieses scheiß schelfen Ding nicht gebaut oder ne alter ich hoffe dass keine kommen die schwimmen können hihihi da hätten wir voll verkackt ja und jetzt na gut jetzt können wir nicht speichern das ist jetzt ein bisschen blöd warte mal kurz was brauchen wir denn dafür 14 Sticks ja du machst kaputt die hauen echt dagegen mann ich repriere mal wie viele Sticks hast du nicht genug du hast keine vier Sticks sind Sticks draußen nein ich glaube eben nicht es ist hier nur einer nicht gegen nicht gegen die Wand hauen ja locken lieber zu oh das sind zwei alter das spiel nicht so lang er ist tot ich sehe sie zwar nicht aber ich hau mal irgendwo drauf ich sehe die nicht warte ich trage die jetzt mal schon da ins Feuer rennen hat da alter lebt ja noch ja das habe ich mal gesagt ich sehe ich habe sie nur nicht gesehen der letzte ist tot so das sind natürlich keine Sticks zwei Stück hm ah da ist noch einer wo ist die Leiche von dem du wirst angegriffen ich werde angegriffen ah das oh mein Gott weg mir weg oh Gott komm rein komm rein zwei Sticks zwei Sticks das kann es nicht sein alter das gibt es einfach nicht du bist ein Spalsch alle langer ich würde sagen dass wir beide in diese Richtung rennen da haben wir glaube ich eine Chance oh 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 ich habe gerade okay wenn man Alkohol trinkt dann verliert man extrem viel Energie und es drückt man irgendwie nicht mehr zurück wir bekommen Energie wieder zurück mit Energydrinks mach den Ma- der starke Typ macht unsere Mauer kaputt wir müssen den angreifen ach du scheiß fuck ich bin weg ach du scheiß warte ich nehme immer schon meine Hauptwaffe hier ach das sind jetzt voll viele fuck okay die machen uns das Ding kaputt alter was ist mit denen warum komm ich so da stirb du Bastard kill ihn ist er tot das sind voll viele mann der lebt noch der lebt noch jetzt ist er tot scheiße man warum sind das viele fuck alter ich mach mal eins nach dem anderen wir haben wir haben wir haben alter alter der hat mich richtig fett gefickt alter ich hab ich hab unterhalb denk dran dass du blocken kannst ja stimmt oh shit ehrlich bin gleich tot ja genau oh fuck it ein einer ist down das gibt's doch jetzt nicht ey warum sind hier zu viele da plötzlich ja der hat verstärkten gerufen glaub ich ne oh nein ich bin fast down hast du noch meds hast du noch medikids ne glaub ich nicht ach du scheiße wie viele sind denn da noch komm 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 auf das Boot komm wir flüchten ich bin am erfrieren ich brauche feuer uuuh bye bye bitches vielleicht machen die hey das ist voll geil man oh mein gott die Wand lässt sich auf die Wall lässt sich auf okay die Wall ist weg aber vielleicht gehen sie dann auch weg weißt du vielleicht machen sie dann nix mal kaputt ja ich glaub die gehen wieder in den Wald zurück oder die verpissen sich siehst du einer geht in den Wald die anderen gehen in den Strand wieder entlang ich hier frier auch man wir müssen Feier machen ja nice ah die Wand kommt wieder an ganz leise ganz vorsichtig ich glaub die haben sich nicht verpisst jetzt ne die liegt da hier ne einfach mach nur feiern man fuck wenn da keine Sticks drin wären jetzt oh alter mach feier mach feier ach schön oh gott sei dank schon einheizen hier muss man schon was zu essen machen ja oh gott hau gleich zwei rein ich hab was gegessen noch du bist nur durch du bist nur durch behalte ich noch warte ich muss mal schnell ins Wasser Blut abspülen hier oh nein oh nein aber ich bin nicht mehr so jetzt könnten wir flüchten auf die Insel vielleicht und die Nacht dort hinten verbringen du räuchten noch zwei Sticks ich weiß wir könnten mit dem Boot hinterfahren ganz schnell hin und ein Busch kaputt machen weißt du wie ich mein mach mal mach mal tötz werd's gang mission stick komm schon so und vorn ich hab jetzt noch einen ich hab doch einen hey wo bist du du bist schon auf dem Boot oder jaja ich bin ich seh dich nicht mach jetzt hier bin ich ich hab noch einen medica warte da hinten sind die aber auch oder ne ich weiß es nicht ja da hinten da oh what the fuck alter was ist los wieso bin ich hier ich lass dich jetzt noch leicht verpackt sag ja wir sind grad so in Überlänge fuck alter ich ja da brennt doch hinten Feuer oder wenn ich das richtig seh ja da geht einer rum mit seiner scheiß Taschenlammel oder so sag mal hier schnell rein und ich friere schon wieder das gibt's doch nicht sollen wir schnell ins wasser äh äh flusspringen wenn wir wieder wegkommen fahr nicht zu nah hin komm los geht's ganz schnell ganz schnell ganz schnell ich bin ein stick ich bin ein stick hoffentlich kommen da jetzt sticks ein stick zwei stick ich hab auch einen komm weg 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 ja das mach'n stick so jetzt aber jetzt komm gleich ist die Folge vorbei keine Angst ja gleich können wir speichern gleich haben wir jetzt hoffentlich überlebt und wieder vorwärts gegangen aber das Spiel gibt einem ja noch bisschen äh seh mal Bonus sag ich mal weil ich glaub einmal darf man sterben ne ja einmal da kommst du aus so ne Höhle wieder raus ja einmal ok aber vielleicht nicht gleich am Anfang aber wenn das jetzt schon so hart halt steht der im Wasser ja ja nee oder ja aber naja wurscht der kommt nicht her bin mir nicht sicher der ist ziemlich weit im Wasser glaub wir brauchen dann auch langsam mal Bögen oder so irgendwelche neuen Waffen so ich speicher jetzt ich auch schnell dann speichern so und dann schlafen wir schnell und dann sehen wir uns wollen wir mal schauen ob's komm schlafen scheiß drauf ok schnell schlafen 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 du musst wieder drücken schlafen auch nicht funktioniert das wenn ein Fein in der Nähe sind ja ist aber doch die Wand ok danke fürs zuschauen danke 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 wir leben ne ja dann bis zur nächsten Folge tschau 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 tschau